Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth By Sleep. In der letzten Folge hatten wir einen sehr spannenden, intensiven Kampf gegen Captain Hook und wir werden jetzt mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Yo. Lass mich allein! Hilf mir, ich! Ich! Ahoy! Look what we brought! It's a pirate's treasure chest! Treasure! Yep, the same chest I told you about. We snatched it right from Hook's hiding place. Huh? How come it's empty? Oh sorry, but we lost it all the treasures. Oh well, that's too bad. Oh, who needs it? It was probably just full of dumb old jewels or doubloons or something anyways. We could just put what we treasure in there instead, if you wanna. Yeah, that's perfect. Instead of filling it up with jewels and gold and stuff, we'll put in what's truly special to us, the real riches. What are you putting in, Ben? I don't know... How about this? Hmm, what is it? It's just something that one of my best friends gave me. So it's like a keepsake, huh? You sure you wanna part with something that's special? Yep, I don't need it if I've got Terra and Aqua. Our best memories are still ahead. All right, Ben. Next time you visit, we'll have an even bigger chest weight. Enough for all those treasures, and lots more. Okay, it's a deal. Oh, wait, Tink. I'm pretty sure that belongs to a friend of mine. Do you think maybe I could hang onto it? Now, Tink! Thank you. Whoa! 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 He... he's gone! Look! The light! Don't worry, men. No matter where that light takes him, then he'll always have friends waiting to meet him. Yeah, or... Yeah, or... Leute, die ihn wieder abschieben. Hätte jetzt aber auch wirklich jeder behaupten können, dass... Äh... Ja, äh... Gib mir das mal, das gehört einem Freund. Ja, äh... Äh... Hey! Du hast gerade 50 Euro auf der Straße gefunden und willst sie behalten? Nee, gib mir die mal. Ich glaube, die 50 Euro hat ein Freund von mir verloren. Ja? Und wieso wunderst du dich, dass Ventus dieses Schwert in die Kiste machen will? Du hast doch selber gesagt, dass diese Kiste gefüllt werden soll mit Sachen, die euch wichtig sind. Wieso sollte er denn etwas, was ihm wichtig ist, nicht hineintun? Und... Wo zur Hölle hatte, wenn eigentlich die ganze Zeit dieses Schlüsselschwert stecken? Ja? Das wäre doch mal so ein Final-Mix-Ding. Wenn ich dieses verkackte Holzschwert, welches er da die ganze Zeit mit sich getragen hat, auch mal verwenden könnte. Gott, so viele Sachen in der Zwischensequenz, die mir aufgefallen sind. Holy shit! Aber naja, abgesehen davon, Leute, haben wir jetzt tatsächlich unsere letzte Disney-Welt abgeschlossen, ja? Jetzt geht's storytechnisch richtig ab. Gorge! Gorge! The king must be pretty far away by now. Oh, wie könnte ich wissen? Die Pfeffer löst nicht an den. Nicky. Ich habe ihn gesehen. Hey, mach es schnell. Ja, wir sehen dich. Das sind immer so die besten Momente in Kingdom Hearts. So am Anfang natürlich Story und dann so zum Schluss gibt es da nochmal eine richtig schöne Schelle. Darauf freue ich mich immer. In jedem Kingdom Hearts Game. Man arbeitet ja auch daraufhin. Oh, jetzt habe ich kurz die Zwischensequenz pausiert, weil ich dachte, da kommt gleich hinterher wieder eine Schelle an Story. Jo, Trotzkopf aufgelevelt und das gleich sogar zweimal. Ich bin so gut. Das hat auf jeden Fall krasse, krasse Magiewerte. Sehr, sehr krasse sogar. Ich meine, im Normalfall wäre das jetzt realistischer, das zu nehmen, weil ich meine, das sind... ...drei im Austausch für zwei Angriffs-Grabbe. Ne, 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 ne. Ich haue ja im Endeffekt eh nur drauf. Das Thema hatten wir ja schon. Ähm... Schatzwurf. Wirft das Schlüsselschwert auf die Gegner, ein Teil, lässt Kugelschätze fallen. Aha, aha, aha. Oh, habe ich in den Schüsse jetzt gelernt? Das ist doch mal recht interessant. Abgesehen davon, Kommandofusion. Ich kann Schwertfall aufleveln, warum auch, äh, fusionieren, warum auch immer. Wurde es nicht volles? Eiswurf, schätzungsweise. Chaos-Kristall! Fügt allerlei Fähigkeiten hinzu. Ja. Das ist dann womit Abstand das krasseste. Lebensspende. Äh, es ist... Vielleicht ist es auch so ein bisschen Zufall, was wir kriegen, wenn da steht allerlei Fähigkeiten. Aber ja, am besten dann immer auf Chaos-Kristall gehen. Eisra, Eisra. Eisgar habe ich noch nicht gelernt, oder was? Äh, von mir ist Kraftkristall. Oder warte mal hier, Leuchtkristall. Keine Ahnung. Eiszeit. Ach nee. Leuchtkristall ist ja so ein Elementar-Gulasch, ne? Äh, mh, mh, ja, äh. Wo ist denn das jetzt hier? Lebensspende. Oh, 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 oh. Die Anzahl der Gegner, äh, ja, okay. Ja, gut, äh, ehrlich gesagt müssen wir auch uns jetzt gar nicht mehr so darum kümmern, weil wir ja gleich am Ende unserer Reise sind. Komm, hier keine Gegner, Magnega. Sehr, sehr geil. Ja. Ich finde es schade, dass sie den Teil jetzt hier ein bisschen abgekürzt haben. Also, ähm, der Turm ist eigentlich noch eine Spur länger als hier im Spiel. Bei Kingdom Hearts 2 hat der hier noch mehrere Etagen, die wir bereisen können, aber im Birth by Sleep gehen wir jetzt direkt an die Spitze. Finde ich ein bisschen schade, aber naja. Und so, ähm, diein' noch nicht. Hän sagt, Sir, wir haben einfach eine Spurcarie, wo der King sein könnte. Hm? Ah, Ventus. Huh? Aracus hat mir viel über dich erzählt. Wenn ich nicht verstanden bin, bist du zurückgekommen. Well, Sir, ich... Kein Problem. Huh? Mickey hat Probleme zu folgen, auch. Heh. Wo ist diese Klänge zu Mickey's Whereabouts? Goddammit! Das war Benquist... Vanillite... Veggie... Das war der Van. Ja, das ist das, was ich normalerweise gehen. Dann hat er, wenn du da hier bist? Bitte, erklär. Ich bin mit Mickey, aber wir wurden in der Flucht geflogen. Ich weiß nicht, wo er ging. Er war nicht in der gleichen Welt als der, wo ich das gefunden habe. Wie ich dachte... Mickey hat sich von einem Weltkrieg auf den anderen. Das erklärt, warum ich nicht seine Lieblung konnte. Du kannst das, kannst du? Ja, ich kann. Hm. transformationsITT wurde nicht. Ja, steht stein Dank für die Flucht, » Miriam, » ¡ineOK!« » Miriam, » »« Er ist das. » » Das周착� bearärs!« »忘했습니다!« »EN Ski! » » item.« »Mit got to, Fucking.« Sie sind auch. Das kann nicht gut sein. Aber ich bin Captain of the King's Royal Knights. Ich finde ihn. Ich erinnere den Ort, die wir sehen. Und du hast ihn nicht? Nein, ich erinnere ihn. Mickey hat mich einmal geschaut, und ich kann nicht riskieren, dass er seine Freunde in gefährlich ist. Nein. Ich versuche, dass ich ihn sicher zurück bringe. Sehr gut, Ventus. Wir werden es dir geben. Tja, ich würde mal sagen, dass Mickey den Schlüsselschwert-Crash-Kurs gemacht hat. Okay, Dimensionsding. Also heißt er jetzt doch Ventus? Ich dachte ja am Anfang, ich hätte ihn vielleicht falsch ausgesprochen. Die einen sagen so, die anderen sagen so, hm. Oder, äh, was er natürlich am liebsten hat, ist immer noch wenn. Okay, ähm, ja, das war es tatsächlich schon mit dem mystischen Turm. Äh, ja, okay, gut. Ja, machen wir das so, genau. So hatte ich das ja auch geplant. Also wir wären jetzt... Ah nee, da... Ach, stimmt! Ach, stimmt! Wir sehen uns wieder, boy. Wir sehen uns wieder. Dr. Leer? Der Herr? Der Herr? Der Herr? Der Herr? Der Herr? Ah, ja. Also du kommst zu verstehen, was du verloren hast. Was du verloren hast? Oh, aber nicht für das Schade. Du musst zu verlieren, um zu finden. Du musst verloren, um zu finden. Take it! Reclaim the part that left you. Flash with him. Pure light against pure darkness to forge the ultimate key. The all-powerful Keyblade! Keyblade. Not the keyblades you and I carry. Key. Key. A most ancient letter. Some say kai, but the meaning is the same. Death. A letter that spells endings. And I have the power to make it. Correct. Eraqus knows it too. He knows exactly what you are. The Master? Haven't you ever wondered why he never granted you permission to leave his side? To grow stronger? Eraqus was frightened of you. If you were to learn the truth, realize what you are. He never trusted you. Why else would he keep you within his sight at all times? Yeah. He never let me see other worlds. No matter how much I asked. You can ask the man yourself. Learn the truth. And remember you have a greater purpose. What am I? Why? What has the Master been keeping from me all this time? No matter how much I have to do it. No matter how much I can keep in mind. No matter how much I have to do it. I feel like it's not enough. I feel like it's a bit of a thing, but it's a bit of a thing. But it's a bit of a fun. Und wir gehen wieder in unsere Heimat zurück. Ventus, du bist allein? Ich dachte, Akko würde... Na gut, was ist, dass du bist in deinem Haus? Du bist noch nicht außerhalb dieser Welt. Du musst hier bleiben, wo du lernen kannst. In deinem Kirchen? Was? Das ist deine Entschuldigung. Für mich im Kirchen hier, nicht wahr? Was hörst du? Dass ich ein Weapon sein soll. Ein Art Keyblade. Ich wusste es. Xehanort. Er kann es nicht wegnehmen. Warte, Xehanort! Es gibt einen Grund, dass die Precepten uns von diesem Wissen verletzt. Warum suchst du die Keyblade? Würdest du all die Welt in der Dunkelheit verletzt? Denken sie zu nichts? Aber die Dunkelheit verletzte die Welt einmal, in legend. Wir wissen so wenig über die Keyblade-War. Nur, dass es nur das Beginn war. Amidst dieser Krise, der Precious Might war. Es ist eine lustige Geschichte. Und eine wertvolle Explosion. Sie sagen, dass die Ruin die Grennung von der Dunkelheit verletzt. Was könnte dann noch eine andere Keyblade-War? Wenn die Dunkelheit fällt, wird wir gefunden, die Precise die Leidenschaft von der Dunkelheit sagen. Ich muss diese Antworten. Die Keyblade muss sich für die Dunkelheit verletzt. Und mit ihm die Tür zu der Keyblade-Ware, Unlockt. Före, du würdest du ein Apokalypse aus sheerem Wurzeln? Ich werde niemals ein Wurzeln lassen, nicht während ich lebe. Aber wieder einmal, du hast es all falsch, Erechus. Die Dunkelheit ist ein Beginn, du siehst, nicht ein Ende. Die Dunkelheit ist ein Wurzeln, von der Dunkelheit in ein Wurzeln, nicht wahr? Poetische Beispiele. Wenn die Worten nicht zufrieden, nur ein Wurzeln wird. Diese Macht hat die Schmutz genommen, Xehanort? Das ist nicht dein Wettbewerb. Ich verletzte. Ich hatte die Chance, ihn zu stoppen, aber ich kann es nicht machen. Aber ich werde nicht verletzt wieder! Möge! Möge! Was hast du... Die Schmutz hat keinen Platz in dieser Welt, oder in dieser Welt. Xehanort hat seine Zielsetzen gemacht, und ich habe keine Wahl. Entschuldigung. Aber du musst nicht mehr existieren! Dann! Was? Möge! Hast du dich erschrocken? Terra! Ich empfehle dich. Steine! Nein! Du wirst nicht aufhören, Möge? Ich werde nicht! Warum haben alle meine Versuche zu erreichen, nicht zu verlieren? Wenn du es nicht in dein Herz gebeten solltest, dann musst du mit der Vente der Vente. Ich werde nicht aufhören, Möge! Ich werde nicht aufhören, Möge! Ich werde nicht aufhören, Möge! Tera! Er ist richtig! Tera! 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 Kleiner Funfact, was heißt Funfact, gut, das ist eigentlich im Grunde mit vielen Aspekten der Story so, wie gesagt, der Film kam ja 2017 raus und dieses Spiel 2010 und ja, nee, komm ich, ich lass es, es ist so verlockend, aber irgendwie ist es auch ein Spoiler, schätzungsweise, obwohl man es ja auch noch nicht genau, es ist noch nicht bestätigt, also ich halte meine Klappe, ähm, wir müssen uns dann wirklich mal, wenn wir alle Spiele gespielt haben, uns nochmal im Groben mit der Story auseinandersetzen und schauen, was da jetzt so wirklich Phasis und was nicht, ne, aber okay, ich muss mein, mein Wissen zügeln, ähm, halten wir erstmal für diese Folge fest, dass der gute Xehanort den Schlüsselschwert kriegt, wiederholen möchte und dass Ventus in Wirklichkeit ein Schlüsselschwert ist, harter Shit, ne, ja, ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya!